Papa, 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 bei wie viel Likes kriege ich das neue iPhone? Ha, halt einfach nur genau so. Fraktionsloser das Wort. Vielen Dank Präsident, Frau Bundeskanzlerin, ich muss mich entschuldigen, ich habe gar keine Rede vorbereitet, ich habe die Redezeit nur beantragt, weil sie sonst an Udo Vogt von der NPD gefallen wäre und ich... Tja, Mann, Walla, du wolltest es nicht anders. Ich habe dir gesagt, nervst du mich weiterhin, nervst du mich weiterhin, setz ich einen Fluch auf dich. Back Allah, Charpsen, ich google heute, wie ich einen Fluch setze. Walla, ich habe keine Gnade, vom Herzen setz ich mich um 23 Uhr hier auf den Boden, mach Kerzen um mich um und ich verfluch dich. Oh, look, it's a picture I took of you the first time I ever came here. Baa, look at you, so young and happy. Where do the years go? Ja, wahrscheinlich, oder? Frau Lazar, gestatten Sie eine Zwischenfrage der AfD? Nee, von der AfD nicht. Hau über Netto, über Netto, Netto! Sogenannte Teilkräfte der Direktion Einsatz in eine Wohnung im Berliner Stadtteil Spandau ein. Ich hole mir auch einen runter, aber ich mache das nicht so, ich mache das aus strategischen Gründen. Und ich spritze halt nicht ab, so, das ist so, das ist auch ein Teil meines Alltags. Black Lives Matter ist nämlich auch eine rassistische Bewegung. Dann gegen Weiße, ja, gegen Weiße, weil sie geben Weiße die ganze Schuld an allen Gesellschaftsproblemen. Okay, Black Lives Matter, da geht es gegen Polizeigewalt. What the hell? What are you doing? Oh, es ist Dix. Dix, ganz vorne am Eingang, wenn du reinkommst, linksrum, eine kleine Kiste in der dritten Reihe rechts. Alter, war eine Wegbeschreibung einfach. Haha, jetzt... ... never, geing, danke... ...